So, willkommen zu einem neuen Video. Das passende Lied zu den Partyknallern von Keller kommt gerade. Wir machen jetzt hier eine kleine Party. Hier steht es nochmal, Kategorie F1, NEM 0,425 Gramm. Wir haben hier jetzt Partyknaller im Test. Da habe ich vorhin schon zwei getestet draußen. Die waren sehr leise. Und jetzt sehen wir hier nochmal die einzelne NEM 0,0085 Gramm. Bruttogewicht 4,7 Gramm. So, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Party. Ein bisschen Schaustellen hier. So, bisschen Party. Achtung! Juhu! Sehr cool! Partyknaller! Pass auf, hier ist der Zweite. Boah, der war schon lauter. Und da machen wir noch einen. So, Achtung! Huiii! Danke fürs Zusehen! Spaß Video! Ciao!